und ich hoffe, ich bin nicht der Schuldige. Ich gucke einfach mal ganz kurz nach, ob mein Internet abgekackt ist. Bis gleich. So, ähm, ob ihr es glaubt oder nicht, es war meine Schuld. Ich hab diesen Fehler ver- nein, ich hab nicht verursacht. Flo ist schuld, war's nur. Ich glaube, wir müssen zu den Bäumen Chunkloading-Glöcke setzen, denn die tun immer erst dann ihr Gummi regenerieren, wenn wir nicht hinkommen. Ja, mich mögen sie nicht. Ich hab sogar einen, ich wollte sogar den Einbau am abholzen, damit wir Gummi bekommen, oh boyz. Warte mal, Gott. Na, ich warte. Ich hab ja nichts anderes zu tun, außer zu warten. Redstone, nur noch zwei Stück. Ah, das reicht doch schon. Rubber. Chopper. Kebel. Dann können wir das, wie man, äh, ich mach das aus dem Kopf. Scheiße. So. Zack, 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 zack. Zack, zack. Zack. Elektrik, so geht. Und dann... Machen wir das ganz einfach so. Okay, Elektrik von Nance. Das trifft sich gut. Zack. Hm, haben wir mal die Kappels zu uns rein. Ich glaube, wir müssen hier unten rein. Ohm, ich glaube, ich hab gerade die Bitbox etwas gefehlt. Pech. Jetzt dürfte es funktionieren, oder? Nein! Zur Info, ich bin wieder da. Boah, wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Echt nicht? Nein. Cool. Flo, komm her und sag mir, was ich falsch mach. So. Wo bist du? Ich baue hier gerade aus. Was baust du denn? Was tun wir das? Nee, gerade, was für unsere späteren Nahrung wichtig ist. Ich baue hier gerade irgendwie in die wüsten Fälle und alle lachen bestimmt jetzt über mich und du sagst mir nicht, was ich machen muss. Mhm. Ich überleg gerade, oh, ob ich hier nicht irgendeine Fähigkeit gerade baue. Puh. I only miss you, I'm a dream man. Ich soll das nicht ein bisschen kleinig sehen. Nein, also in der Sache besitzt sich überhaupt keinen Charme. Da braucht ihr keine Angst, das geht um den ganzen Tag, da wird die ganze Zeit gedödelt und gerödelt, da hab ich kein Problem. Alter, hab ich das jetzt alles nur mit einem Karten mitgebaut? Wie geil bin ich denn? Hast du jetzt hingekriegt? Ja. Gut. Ich fahre mal kurz ein bisschen Kohle an. Dann kann der Electric Phone uns da etwas schneller berät und auf jeden Fall helfen. Ich tue mal die restlichen Sachen, ich baue mal eine extra Kiste für die ganze Industrial Craft und so Sachen. Mhm. Wäre vielleicht besser, damit wir die Übersicht behalten, also alles Chopper-Card und so kommt da rein. Mach. Mach ich jetzt auch. Ja, dann mach ich auch. Ganz ruhig, ganz ruhig. Da, 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 da. Da, 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 da. Wir könnten eigentlich auch einen Timber mal installieren. Gibt es irgendwie einen Multicam. Aber dann werden die meisten nur so sagen, oh, das ist geteatet. Das ist ein Tag-DLP, das ist sowieso. In Time-Bub-Mod da tust du nicht die volle Axt-Dingens dann ausnutzen. Ja, na und. Aber wir kriegen wenigstens Holz und, seien wir mal ehrlich, wir würden es ja auch von der Zeit her abbauen, damit haben wir ja kein Problem. Aber ist es dann für die Zuschauer interessant zu gucken, wie wir drei Stunden Holz abbauen? Ja. Äh. Die Riesenbäume sind uns noch gar nicht begegnet, ne? Nein. Sieh ich dir? So, das kommt da rein, Wusstest du, dass die Bäume von Red Power kommen? Ja. Ja, ja. Ja, klar. Ja. Ja, hallo. Ja. Das ist logisch. Von wo sollen sie denn sonst kommen? Hm. Ne, war mein Schatz, also das wusste ich schon alles längst. Und das war auch hier. Okay, ich hab hier gesheert gebaut. Ich hab's geschafft, also meins funktioniert. So, einfach alles rein damit. Kann man das hier nicht irgendwie in Warteschlange stellen? Wo sind die blöden Dinge dann da? Welche Dinge? Naja, bei dem Electric Phone in Sonderseite halt. Das sind, äh, Upgrades. Wie kann man die machen? Na, gibt's einen Overclocker, Upgrade, mehr Speicher, Upgrade. Muss mal gucken. Overblocker. Overclocker. Over. Ah, da. Was bringt uns das? Ja, wird er zum Beispiel schneller. Dazu brauchen wir Kulantzellen. Külzellen. Da, irgendwie, wie filmen wir die? Im Kompressor? Klapp der Popsen. Ne, die müssen wir mit Wasser machen dann den Kompressor nur so. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist so eine, so eine Blase halt. Äh, Extractor ist das. Guck mal mal nach. Nein. Obwohl das geht. Ja, aber ich weiß nicht, ob sich das jetzt so lohnt. Für das eine Upgrade ist alles reinzuhauen. Mal gucken. so, ähm, könnt ihr mal noch ein paar Fensterscheiben einbringen, das sieht sonst ja lustig aus. Äh, vier, 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 nein, drei, 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 das geht. Gern keinen einzigsten Diensten. Was? Hast du vielleicht nicht mehr mal und um, Ubi oder Saphir? Ich hab alles in diese Küste getan. Den haben wir nicht. Ich hab alles in diese Küste getan. Ich hab alles in diese Küste getan. Oh. Hm. Tschak, tschak. Tschak, tschak. Auch wenn die Aussicht hier raus nicht so beraten, dass sie können wir ja jederzeit ändern. So. Vielleicht machen wir dann Lava-Quarium hin, wer weiß. Wir sind schon alles offen. Psch, tsch, 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 tsch. tsch, 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 tsch. Nicht schon alles. Für was du offen bist, will ich gar nicht wissen. Aha, bist du lustig. Ja, 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 ja. Irgendwie schon. Ja, fucken auf drei Euro, würde ich sagen. Oder? Hm. Hab ich hier gerade die Fackeln an. Nö, was muss man? Ja, na, na. Ist nachher. Gäste Schütz umbringen. Nö. Okay. Ich hätte er jetzt sagen, kein Schal, aber es habe ich nicht gemacht, weil ich lieb bin. Okay. Okay. Ähm. Ah, fällt. Wie läuft es hier? 5 Rubber. So. Hm? Nix, nix. Und? Du warst nicht gemacht, äußungsweise. Okay. Die Emme, die Bedbox hat noch ein bisschen was zu speichern. Da tun wir mal noch ein bisschen Energie reinhauen. So. Die soll sich ruhig ein bisschen vollpumpen. Okay. Okay. Gut. Es ist eigentlich, ich glaube, ich hätte die Fans auf diese Seite machen können, da hätte wenigstens eine Aussicht gehabt. Egal. Ja, nix, nix. Ich habe das verstanden, du brauchst, ich habe nie gesagt. Ach so. Alles klar. Herr Kommissar. So, das wird ab sofort und zurückgreifen. Ja, guck ich mir gleich mal an, wo du dich hingebaut hast. Wo hast du dich hingebaut? Berg hoch und dann links. Berg hoch und dann links. Berg hoch und dann links. Und dann, gehen wir erst mal hier hin. Da hinten. Alter! So. Was ist das? Du wirst eine automatische bauen. Die ist noch nicht automatisch, aber später können wir da hinten fließen. Ja, wir können hier überhaupt nichts irgendwie, um gewissen Leuten. Ja, das da hinten sollte einst werden, das mit einem das Ganze verteidigen müssen. Das kann man später noch machen. Nein, das kann ich nicht sein, weil pvp immer noch aus ist. Werde ich auch nie anschalten. Naja, pass mal auf, ich möchte mich dann in dein Bruder reinhaken. Das ist nicht mein Konzept. Sondern? Alert Steiner. Ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht. Ich meinte, der ja hier im niemals kann an Max'senen reinhaken. Dass so irgendjemand, der Konsolen Zugriff hat. Ähm, mit der Konsolen musst du dich auch einlocken, du Horst. Und da häckst du dich dann auf den Server ein. Du Horst. Da mach ich das halt so. Nein, dumosDI stores meinen. Es verbietet dir hier keine. Okay. Ihr soll grad. Prozent alles klar ok also keine Erlaubnis ist das Zeckenden aber ich verbiete es nicht aber ich erlaube es dir auch nicht okay Leute dann ist sowas und so ist das Video oft geklärt sein wird wie hätte ich nicht in Säden in Klammern doch in geschweiften Klammern nicht in eckigen Klammern doch in war meine Nase in Schafsklammern doch die gibt's nicht doch die gibt's bei mir bei mir aber nicht die um in Slash Backslash Klammern guck das ist auch eine Klammer fällt das überlegt da kann die Zeichen nicht schreiben wie dumm ist das denn da haben wir noch Klaas was ist mit der los also was ist dein Problem also was hast du für Probleme geh zu deiner Mutter da diese ist der Block bei mir unsichtbar was hast du gemacht ich würde sagen ich würde sagen wir holen da mal was rein wohl irgendwas zu schmelzen am besten bisschen ein ein bisschen zählen ein bisschen zählen ja schon haben wir nicht so viel würd grad sagen also du hast dein Leben geschmolzen ja ist auch in der Kiste drin so ich brauche dann gleich mal eine Decke drauf eine ganz einfache wie eine Fabrikade am besten das wird eine Fabrikhalle das wird eine Fabrikhalle ähm zack und dazu geben wir jetzt noch einfach eins hoch damit die Fabrik auch schön hoch ist und fangen wir mal an hier den Decke rein zu ziehen guck euch habt ihr eine Läu guck euch habt ihr eine Läu